So, Unranked steht an. Sky Temple. Unranked, ein Helden, den ich schon seit... Mal gucken, mal Assassine reinpicken. Ein Gul'dan. Ein Greyman. Eigentlich mal wieder Nora spielen. Ein Herz so dark, aber ich kann den Sie sein. Unreater. Unreater. Ich würde ja gerne Arthas nutzen können. Dieses Reich braucht mich. Es hat Arthas auch nicht zufrieden. Ich habe ihn verskinnt. Die Kavalerie ist da! Die Kavalerie ist da. Die Kavalerie ist da in Gray, man. Die Kavalerie ist da. 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 Ich bin hier um zu helfen. Die Macht wird mir hören. Die Kavalerie ist da. 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 Viele Kavalerie ist da. Die Kavalerie sind da. Ja, ich bin hier sehr nett. Philippe und die Kavalerie ist da. Ich will euch zeigen, das Rache ist weg. Alle werden leiden. Ich muss dich kurz zurückziehen. Weg. Dieser Held muss sterben. Eure Leistung wurde zur Kenntnis genommen. Weg. Alle werden leiden. Okay, das wird wirklich ätzend für mich. Das sehe ich jetzt schon. Sehr, sehr aggressiver Tracer-Spieler. Ewigem Wein wird euch erweilen. Weg. 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 versuchen damit irgendwas zu tun. Auf jeden Fall Level 7 für die eisige Gegenwehr, um auch mal länger den Teamfallstron zu planen. Kommt euch holen. Endlich. Jetzt hab ich mir das ganze Mana verschwendet. Ich muss noch ein bisschen lernen. Oh Gott. Schön gemacht. Da kann ich jetzt sowieso nicht viel machen. Nein, jetzt wird er mich wohl, glaub ich, zerstören. Okay. Ich werde, glaub ich, mit eisige Gegenwehr spielen. Schon bald werden alle dienen. Das wäre schon cool, wenn er den... Ah, okay. Er kriegt den nicht raus. Können wir bitte unten traten? Das ist eurer Forst. Liegt im Trenn. Ewiger Wein wird euch erwarten. Frostgarn. Schlecht. Schmoppiger. Frostgarn. Ladet sich an euch. Endlich. Der Tod kommt euch holen. Schon mal gut. By the way. Ich werde etwas besser gemacht. Jetzt wird ihr sterben. Eure Leistung wurde zur Kenntnis genommen. Ich hoffe, jemand wird das schwer vermissen. Diese Welt wird ein Ende finden. Schürt euren Zorn. Bis ich mich entschließe. Wir haben Level-Lead. Wir haben Ult. Können doch nicht fighten. Frostgarn. Um 4 ist stm zu hacken. Wir können es ihm gegnerieren. Wir werden es nicht machen. Leid der Tod war noch. Tim wird, um Sounds faue. Greyfango muss da weg. Okay, ist noch weggefahren. Hm, die sind auch gleich 10. Ich weiß, er hat ja ihren Ulti schon, aber von dem Greyman Ult, da habe ich... Ich muss noch ein bisschen schiss. Ich muss noch ein bisschen schiss. Wille ein Team ist da. Ichseke Möchner. Ich bin ein Fuhl und ein Schlag. Schöne machen. Endlich. Das hast du gut gemacht. Ich war super. Euer Leistung wurde zur Kenntnis genommen. Ja, die Tempel sind noch nicht mehr. Frostgab umhört. Frostgab leicht. Ihr werdet leiden. Meine Kraft ist zurückgekehrt. Der Tod kommt euch holen. In der Zeit. Oh, das war close. Ich geh mal weg. Ich muss hier ganz schnell weg. Penge die Angusgeschwindigkeit. Das ist doch das, was ich haben will. In der Heilung, mein Sklave. Alle werden leiden. Weiter. Oh. Unlucky. In der Zeit. Kann man das machen? Oh mein Gott. Das finde ich jetzt sehr sehr dämlich. Da rein zu gehen. Das war eine richtig dumme Aktion. Das war ein. Oh, fuck. Aye, aye, aye. Ich kehre zurück. Bühwebein wird euch erwarten. Ich glaube nicht, dass ihr den Bost warnt. Nope. Warum feiten wir nicht? Hm. Es muss immer einen Lichtkönig geben. Immerhin. Oh, der hat mehr Lebenswunk gewählt. Okay. Bleibt da länger fort. Hm. Mache ich den Hut verstärken? Bewegungsinfähigkeit? Das ist glaube ich gar nicht so schlecht. Obwohl, ich gehe auf 2. Ich habe schon das dritte Mal gestorben. Nicht so geil. Aber wir kriegen alle Schüsse. Das ist nett. Da bin ich aber mal ganz schnell. Ich kann mal ein bisschen follow-up hier. Oh, der wird hier sogar raus. Ja. 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 Ich will euch zeigen, was Rache ist. Glück gehabt. Dann auch gar kein Maler mehr. Ich muss mich zurückziehen. Ich dachte wir können da vielleicht nochmal rein. Fighter Making Tracer ist extrem schwierig da was hinzubekommen. Ich spiele momentan eigentlich selber sehr sehr gerne Tracer. Von daher. Wenn man Helden spielt, dann weiß man auch worauf man sich eigentlich so einstellen kann. Ich spiele das eigentlich sehr sehr gerne komplett. Auf. Off. Mehr Damage. Ich weiß nicht ob wir... Ordnung ist. Diese Welt wird ein Ende finden. Schlob. Okay das war richtig an Magie. Warum fighten wir da? Ich weiß es nicht. Ich geh mal oben dürfen. Frostgram humert. Schürt euren Zahn. Ewige Pein wird euch erwarten. Jetzt werdet ihr sterben. In der Tat. Schürt euren Zahn. Schürt euren Zahn. Schürt euren Zahn. Wir werdet leiden. Verlaßung sei es bald. Widerstand. Doch ich muss mal zurückziehen. Die Mon 50k stirbt aber relativ oft. Wenn Tracer tot ist, können wir uns das eigentlich erlauben. Schürt euren Zahn. Ich will mal Anti-Magischen spielen. Schürt euren Zahn. Schürt euren Zahn. Schürt euren Zahn. Schürt euren Zahn. Oh mein Gott. Hahahaha. Wollen wir ihn bitte? Ja, ist gut. Oh mein Gott. Weg aus Gram. Hungert. Ich muss mich zurückziehen. Camps machen. Andere Seite. Tötet diese Söldner. Help me. Geht mir zu Hilfe. Ewige Pein wird euch erwarten. Die gehen top. Wir sind von meiner Magie erfüllt. Wir sind von der Nähe. Alle werden leiden. Ich werde euch zeigen, was Rache ist. Oh oh. Sieht nur. Meine Festung spricht. Schürt und Zahn. Ewige Pein wird euch erwarten. Jetzt will die Stahl. No chance. Ajajajaj. Ich hätte das besser gemacht. Du stirbst da gerade, immer so. Einfach nur um nicht hier doof abgesnackt zu werden. Einfach nur um nicht hier. Nein, lass es. Warum fighten wir? Warum? Oh, wie ist sie denn? Unwürdig. Was sollte eigentlich reichen? Ewiges Bein wird euch erweichen. Ich muss mich zurückziehen. Los, macht die gegnerische Zitadelle platt. Greift eure Zitadelle an. Jetzt. Die Schlacht ist vorbei. Nun stört nicht weiter den Frieden meines Reichs. War eigentlich wieder so ein Lala-Spiel. Ach komm. Loll. Äh, 33k Damage, dreimal gestorben. Hm, die Tracer hat die meisten Damage gemacht. 76k. Wir hatten gar nicht so viel Damage schon, aber dadurch, dass sie immer so richtig dämlich reingefiedelt sind in uns. Auch mit Abstand, äh, eigentlich ganz gut mithalten können. Was das angeht. Wie hatten die Tracer geskillt? Aha. Ja. Ja, gut. Da darfst du aber halt auch nicht sterben. Na gut, ähm, sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Lass mal ein Arthas-Game. Als nächstes kommt ein Assassina. Da werde ich natürlich auch Tracer spielen. Also, ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.